Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute den Party Royale Modus spielen. Ich habe den wirklich noch nie gespielt. Auf TikTok und YouTube sieht man manchmal, wie andere Leute einen versuchen zu verarschen und zu sagen, ja, da gibt es einen kostenlosen Skin. Das stimmt aber nicht. Das weiß eigentlich jeder. Wir gucken jetzt mal, was das für ein Modus ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Modus drin sind. Okay Leute, wir sind jetzt im Party Royale Modus und ähm, was ist das? Das ist ja anders, Cringe. Also, hä? Ist das Rift? Äh. Leiterfall? Also, hier sind wir schon. Hier reden ja. Hä? What the fuck? Hier ist auf jeden Fall eine Stadt. Hier sind Automaten. Was können sie denn? Hier sind Boom, Boom. Genehmbar. Wow, kann man einfach nur Pöppel schießen. Fortnite, Mensch. Ihr habt ja richtig gute Ideen. In manchen TikToks habe ich auch noch... Ach, hier kann man seine Styles ändern, ja. In manchen TikToks habe ich auch noch so einen Eierwerfer gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo es der sein soll. Ist ja auch egal. Wir gucken uns erstmal die Stadt hier an. Was ist das? Farbgranate. Violett. Kann man Musik machen? Alles klar. Lol, Liga. Eine kleine Probe. Ich zeige euch einfach mal, wie gut ich Klavier spielen kann. So. Bin ich nicht gut. Jetzt werden wir mal zu einem anderen Gegner hingehen. So, was passiert, wenn wir die jetzt unter uns werfen? Lol, wir sind einfach beide violettiger. Und rein, das ist weg. Das hat irgendwie voll cool aus. Seid mir ehrlich, wenn ihr die Variante hätte, würde ihr den Spiel, ich schon. Was ist denn jetzt so schwerer Zeit? Lol. Wo geht's denn lang? Kann man hier Rennen fahren? Kann man hier Rennen fahren? Ist das jetzt deren Ernst? Was ist denn das hier? Das ist ja mal anders, Kacke. Fortnite, was habt ihr euch? Ah, hier. Das ist fürs Laufen. Hängegleiter. Hier gibt's auch noch was fürs Quad. Lass mal zum Quad. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Quad eingekommen bin. So, wir sind jetzt beim Quad. Und, ja. Was ist das? Wie komisch ist denn das hier? Hier kann man jetzt... Lol. Was ist hier hinten so? Ach so, man kann anwesend, dann guckt man komisch. Hier ist Violett und was ist hier? Orange? Orange, ja. Ich finde Violett irgendwie viel cooler. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Kart fahren, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, was war das jetzt genau? Das nächste. Äh, kann man jetzt in den Brennfahrt... Ach stimmt, das war ja früher auch so. Lol. Ich bin so lange nicht mehr mit diesem Kack fortgefahren. Ich kann das auch nicht mehr. Ne, also ich sag euch ganz ehrlich, der Party-Royal-Modus ist nichts für mich. Jetzt fahren wir hier mal ein Rennen. So, das sieht ja schon mal sehr professionell aus. Ich bin Vettel. Oh mein Gott, Digga. An Formel 1, ihr könnt mir ruhig was zusenden lassen. Ähm, da hab ich kein Problem mit, auch irgendwie ein Vertrag. Die merkt ja, ich bin sehr professionell. Lol. Was ist denn das für ein Scheiß? Man hört halt irgendwie gar nichts. Das ist so komisch. Oh mein Gott. Also zähl den Modus, Modus hab ich keine Fragen mehr. Ich find den komisch. Man kann hupen. Warte mal kurz, ich will mal hupen. Muss ich aus dem Wasser raus? Ja, wow. So wie gedacht ist das, das hupen wir auch scheiße. So Leute, wir sehen euch, wir sehen uns, wir sehen uns gleich in der Lobby wieder. So, mein Feedback zu diesem Modus, der ist, glaub ich, unendlich drinnen, weiß ich nicht genau. Es kann auch sein, dass ich nicht alles von dem Modus kennengelernt hab. Könnt ihr mir auch gerne meine Kommentare schreiben, falls ich was vergessen hab. Aber, ich find den Modus nicht gut. Naja, eigentlich find ich so gut wie jeden Modus nicht gut, weil ich in jedem Modus schlecht bin. Aber in dem Modus kannst du nicht gut oder schlecht sein. Ich find den Modus komisch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr den findet. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr habt, lasst ein Like da. Ansonsten, haut rein. Genießt den restlichen Tag. Tschüss. Schreibt mal bitte in die Kommentare.